16 hier unten in... ... und da welchen... ... und neun stück da... Ich lieber mal 39 Level ab. Ja... Hast du die Hebe gefahren durch die Blaze? Ja gut, das ist natürlich geil. Ja, aber von mir aus brauchen da nicht mal so viele Spawns. Nee... Ich würde das ganze Ding nämlich auseinander nehmen. Oh, jetzt dauert das erstmal bis das... Okay, 3 Maspirin hergestellt. Hör damit mit dem Aspirin, du Sau! Danke. So, 5 Maspirin. Mal? 5 Kokain. Ja, wir können Kokain herstellen. Koka... Kokain... Ähm... Hier kommt N hin. Wow, das ist viel. Sag nicht, ich hab mein Quest-Bock abgegeben. Weiß ich nicht. Bei mir sitzt im Geschmack. Ja. Ja, hab ich auch. N1... ... und... 4... Da brauchen wir... Wir gucken eben, was wir da produzieren. Fünfmal Kokain. Sollen wir sechs stellen und du... Du frisst eine? Willst du? Willst du Kokain gleich nehmen? Na f*** dich. Komm! Ich stell das eben her. Da brauchen wir 50... Ähm... Wir haben Victory 1 fertig, ne? Vanilla. Ah, okay. Das ist nice. 1, 2... Hab ich noch 10 in dieser Kiste? Ne, kein 10 mehr. 1, 2, 1, 2... 1, 2... So. Das kann man doch schon mal angeben hier. 17 Stück. Haben wir die schon mal drinnen? 21 Haar, oh mein Gott. Erstmal 1, 1. So. 1, 2, 3. 1, 2. Nochmal Haar. 1... So. 1, 2, 3, 4... Wollen wir wahrscheinlich wieder auch noch. 1, 2, 3, 4, 5... Okay. 6 Stück. 21. Ja. Ja. Dann brauchen wir... 6 mal N. Hab ich bestimmt auch noch irgendwo. Ja, das ist ja. 6 mal N. 1. Falsch. Und... Oh, 4 mal. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ähm, ja. Ich glaub, ich hab das Zeug zusammen für die restigen Wireless-Dinger, ne? Oh, geil. Das ganze, was ich grad gefarmt hab, ist jetzt kein Wunder. Cocaine. Cocaine. Ich hab das... Ich muss das jetzt mal fertig kaufen, noch. Wir haben eine Cocaine da drin, ne? 5 mal. 6 mal Cocaine. Ja! Centos! Hä? Ich hab ne stolze Aufgabe für dich. Nein, ich ess nix. Ich ess. Jetzt ess. Ja, mach schon. Komm her! Dreh dich, Jum, ich hab ein... Nimm doch mal! Ja. Ich hab auch... Ich hab auch einen. Trinkst du zweit, okay? Hat zu tun. Okay. Nein, ich will das nicht trinken. Hahaha. Ich will nicht hei sein! Hier, nimm! Komm schon! Ink! Komm! Der Beste ist fertig. Ja, trink! Boah, da war ein Legendary Bag bei. Oh, geil! Jetzt hab ich nen Good Bag. Jetzt hab ich nen Good Bag. Grand Porter, toll. Einen Epic Bag. 10 samples, alles. Ich hab nen Great da unten. Scheiß Good Bag bekommen. Gott sei Dank. Block of Diamond, Post. Willst du mich verarschen? 2 Stück davon. Zau. Kokain. Kokain. Block of Diamond. Tadadadadadadadadadadadadad... Törde... Was ist denn Victory da? Was macht die Wireless Booster eigentlich verbinden, ne? Wireless... Der Booster kann mit dem Access Point die Reichweite von dem Terminal erhöhen. Was macht das? bei schaden gemacht okay er ist sonst noch ein effekt mit ihm habe ich gerade genommen aber sonst gab es nix du kannst hier dein dein weil es extra spot reinpacken wie lange hält das an den access point den hier den kannst du hier vorne rein tun hier oben und dann packst du da oben rechts rein und dann ist er mit dem verboten da kannst du von dem ding auszugreifen genau signal weil wir kein access point haben also braucht noch so ein verbindungs punkt legendary pack eine time machine haben wir so ein violence access point bist du durch die quest nur signal wieso nur signal naja weil du weil es access point brauchst das ist das terminal du brauchst noch einen punkt das musste auch noch anschließen hier ist das denn vielleicht hier drinne ich glaube wir irgendwo haben wir ne haben wir aber nicht auf jeden fall ohne rüstung mir schlecht das ist zum kotzen sowas und ich teste das natürlich auch ja du bist die laborratte von mir ich hab bald die nächsten operation für dich aber ich könnte dafür aspirin geben aspirin ist gut obwohl mir hilft milch nicht ja habe ich irgendwo da mich habe ich im inventar habe ich schon endlich was die rüstung aufgestellt stelle ich mir auch ein teil von meiner rüstung auf hier ich fange mal ich fange mal links an ich habe jetzt eine unten hingetan ich habe links angefangen rüstung aufzustellen ja das ist aber das ist die geilheit also aspirin was haben wir ok chemikal penicillin ok ich sauf als nächstes penicillin freiwillig da musst du das nicht machen außer du stößt mit mir an das wird jetzt teuer den wegradieren den wegradieren den wegradieren den wegradieren 16 18 2 5 sorten alter was geht denn mit euch ab hier und einmal es so brauchen wir 40 40 stücke davon ok 40 os haben wir 1 2 3 4 h brauchen wir 18 pro den im e system haben wir ein stack place was oh nice warte mal dieses da man sieht man doch war doch irgendwie auch so ne war hier auch irgendwie mit 11 ja da 18 tonium körper und ich stellte einmal ein du willst ja bestimmt nicht noch pdc die mit trinken Was war das denn nochmal?